So, kurz und knapp zwischendrin erwarten ja schon länger mal keine Rantime mehr und ja, heute kam mir da wieder so ein schönes Thema vor die Nase, was definitiv Rantime-würdig ist, nämlich, ja, meine Freunde, die Usability-Nazis. Ich weiß nicht, ob ich dazu schon mal was gemacht habe, aber das ist ein Thema, was irgendwie immer wieder hochkocht und zwar gibt es Leute, die meinen, Usability steht über allem. Ja, okay, Usability ist wichtig, gerade für Einsteiger, aber man sollte vielleicht nicht alles opfern, um entsprechend Usability oder Pseudo-Usability zu erhalten. Und vor allen Dingen geht es halt teilweise in eine Richtung, die finde ich doch sehr bedenklich. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass ich meistens üblicherweise so weit wie es geht mit Linux arbeite, aber ab und an muss ich halt auch mal unter Windows ran und ja, da habe ich dann so meine Standard-Tools, die ich eigentlich dann gerne zur Hand habe. Unter anderem ist ein Tool der Free-Download-Manager. Das ist, wie der Name schon sagt, irgendeine Freeware, ein Download-Manager. Download-Manager deswegen, weil man halt wesentlich mehr Funktionen hat als so ein üblicher Browser. Das hier ist der alte Free-Download-Manager, den ich kenne und naja, zumindest mal so weit das mit Windows-Software geht, liebe. Und ja, das Ding hat eigentlich so ziemlich alles, was ich brauche. Ich habe meine Liste der aktiven Downloads, kann meine Traffic-Limits setzen, also die Bandbreiten-Limits. Ich kann dann sagen, okay, ich möchte einen neuen Download hinzufügen. Hier sieht man schon, oben gibt man die URL ein. Man kann über Mirrors noch Mirror hinzufügen, wenn man mehrere Server hat, wo man es runterladen kann. Ich gehe das Ziel an, gebe an, ob er es automatisch starten soll, ob ich es manuell einfach nur in die Liste machen will oder ob ich einen Timer setzen möchte, dass es zu einer gewissen Uhrzeit runterlädt. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwie mal wieder die üblichen 40-Gig-Downloads hat, die manche Betriebssysteme da als Standard empfinden. Die möchte man vielleicht nicht tagsüber machen und da die Leitung dicht machen, wenn man noch am Surfen ist. Also schieben wir das irgendwo auf nachts bis morgens. Und ihr seht unten auch, ja, da ist noch so ein Advanced-Button. Da kann man dann noch jede Menge mehr Sachen einstellen. Wie viele Verbindungen insgesamt, wie viele Verbindungen pro Server und so weiter und so weiter. So, nun hatte ich die Aufgabe, einen neuen Rechner fertig zu machen. Und ja, gut, ich muss jede Menge runterladen. Also holen wir gerade den Downloadmanager. Oh, ja. Also das hier ist jetzt die neue Version des Free Downloadmanagers. Sie sieht natürlich aufgeräumter aus als die alte. Leute, das ist keine Frage und das ist mit Sicherheit auch für Einsteiger besser zu bedienen. Aber, what the fuck, es ist überhaupt nichts mehr an Funktionen da. Ich habe meine Liste, ja. Ich habe einen Play-Pause-Button und einen Plus-Button und das war's. Schön. Hm. Gut, ich habe dann mal ein bisschen damit rumprobiert. Es gibt tatsächlich dann doch noch ein paar mehr Funktionen. Wenn man Rechtsklick auf eine Datei macht, dann kann man irgendwie eine Priorität noch festlegen. Aber das war's dann auch. Ja, und ja, genauso, wenn ich in die Einstellungen gehe. Das hier sind meine Bandbreiten-Settings. Ich kann Low, Medium, High setzen, wie vorher quasi auch. Das ist ungefähr gleich geblieben. Ich kann die Maximum Number of Connections setzen und Maximum Number of Downloads. Aber das würde ich eventuell die Nummer von Verbindungen auch pro Job gerne steuern können? Nö, ist nicht möglich. Timer setzen zu einer gewissen Uhrzeit? Nö, ist nicht möglich. So ziemlich alles, wofür ich den Download-Manager benutzt habe, ist da eigentlich nicht mehr drin. Die einzige Funktion, die das Ding hier hat, was mein Browser nicht hat, ist die Tatsache, dass ich die Bandbreite einstellen kann. Alles andere kann jeder verdammte Browser. Wieso sollte ich mir dann noch einen Download-Manager runterladen? Und ja, noch spaßiger wird es, wenn man Downloads hinzufügt. Das sieht nämlich so aus. Einstellungen gibt es nicht. Zielordner kann man nicht direkt einstellen. Wird mal gefragt, sobald man hier das Fenster akzeptiert hat. Aber ihr seht vielleicht unten links Requesting Download-Info. Ja, wenn man hier eine URL einträgt, dann fragt ihr erstmal beim Server nach, wie groß ist denn die Datei. Okay, und wenn man da einen langsamen Server vor der Nase hat oder einen Server, der nur zu gewissen Uhrzeiten überhaupt vernünftig nutzbar ist. Boah, Pustekuchen. Dann hängt dieses Fenster da ewig rum und man kann den Download nicht hinzufügen. Ja, toll. Äh, mein Gott. So, ähm, ich werde also mal wieder ein bisschen basteln. Werde gucken, dass ich die alte Version von diesem Free-Download-Manager nochmal ins Laufen bekomme. Weil, wie gesagt, die hier bringt mir nichts. Die sieht schön aus, aber hat keinerlei Funktionen. Zumindest keine, die ich brauche. Denn ich muss definitiv bestimmen können, okay, ich, äh, brauche so viele Verbindungen. Außer bei den Downloads von dem Typ, da brauche ich nur so viel. Und pro Server bitte nur so viel. Und, ja, äh, tagsüber, wenn es geht, wenn ich surfe, bitte, äh, runter mit dem Traffic oder der Bandbreite. Auch wenn, ich meine, der hier macht es auch dynamisch. Aber nur, wenn man am selben Rechner surft. Und, ja, ich habe ein paar mehr Geräte hier. Na gut, also, Free-Download-Manager, Tonne. Und, äh, Alter, wieder her. Irgendwie wird es schon laufen.